Hallo Foto und Autofreunde, hier ist der Pascal, der Forrest Walker, hier zusammen mit dem Alex im Teil 2 unserer Pfälzer Waldtour. Im ersten Teil haben wir ja hier an diesem wunderschönen Lagerplatz hier eine Nacht verbracht. Die Hängematten haben da gehangen, wenn ihr den Teil noch nicht gesehen habt, dann schaut den euch doch auch mal an. Wir ziehen jetzt auf jeden Fall weiter. Wenn ihr Interesse daran habt, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, inzwischen haben wir hier ein paar Meter gemacht und sind jetzt gerade auf dem Weg zum Bäreneck. Bäreneck ist auch so eine kleine Anhöhe, ein kleiner Berg und da führt auch nur ein Weg drauf und der endet dann. Ja und ich denke, dass wir auch jetzt gleich am Ende dieses Weges, dieser kleinen Anhöhe hier angekommen sind. Und ja, mal schauen. Wenn uns das Plätzchen hier gleich gefällt, werden wir hier auch schon unser nächstes Lager dann aufbauen. Vor allem ist es jetzt noch hell. Nicht so wie gestern Abend dann, dass wir dann im Dunkeln noch aufbauen müssen. Sondern hier könnten wir dann tatsächlich noch vielleicht das ein oder andere bauen und uns einen schönen Lagerplatz einrichten. Ja, wir schauen uns jetzt hier erstmal noch ordentlich um hier, was hier zu machen wäre. Und dann schalte ich gleich wieder ein. So Leute, wir haben jetzt unser Plätzchen hier gefunden. Wir haben gerade den Masterplan gemacht, wie wir hier unser kleines Lager aufbauen. Und zwar werde ich mit meiner Hängematte zwischen diese beiden Bäume hier gehen. Und ja, der Alex hängt sich dann auch direkt zwischen diese beiden Bäume. Alex ist schon am auspacken. Das werde ich jetzt auch machen. Und sobald die beiden Hängematten-Setups dann hängen, werden wir dann hier zwischen den Bäumen dann auch noch unsere kleine Kochstelle für heute Abend einrichten. Aber das werde ich euch dann auch gleich noch etwas genauer zeigen. Jetzt erstmal die Hängematte aufhängen. So, inzwischen haben wir hier Viertel vor sechs. Um halb sieben ist ja Sonnenuntergang. Von daher haben wir jetzt noch ungefähr eine Dreiviertelstunde und dann wird es auch dann langsam dunkel. Ja, der Alex ist auch gleich fertig hier mit seinem Setup. Ja, und ich werde jetzt hier noch einen Tarp von Amazonas nehmen und uns hier noch einen schönen Unterstand bauen. Und zwar werde ich das Tarp zwischen diesem Baum und diesem Baum jetzt hier aufspannen. Und dann gehe ich hier direkt hinten im Rücken dann direkt runter zum Boden. Und nach vorne hin, ja, wollen wir das irgendwie so aufstellen als Regenschutz, wo wir uns dann schön gemütlich heute Abend drunter setzen können. Ja, auf jeden Fall bin ich ja jetzt gespannt, wie das Ganze funktioniert. Und danach werden wir uns dann da hinten wahrscheinlich noch irgendwelche Stämme besorgen, wo wir uns dann schön gemütlich drunter setzen können. Jetzt erstmal das Tarp hier aufstellen. Ja, inzwischen haben wir Viertel vor sieben und wie ihr seht, ist es schon ganz schön dunkel geworden. Und ich zeige euch mal kurz hier unsere kleine Kochstätte, die wir uns hier gebaut haben. Hinten haben wir das Wing Tarp benutzt, haben wir so in der Art auch noch nicht aufgebaut gehabt, so als reiner Regenschutz für zu kochen. Aber schaut doch ganz gut aus. Ich gehe mal kurz mit euch hier rein. Hier hat man auch wirklich richtig gut Platz drin. Schaut euch das an. Der Alex ist schon hier gerade an der Vorbereitung zum Kochen. Alles ist hier aufgestellt. So, und wir gehen jetzt noch mal kurz hier zu den Hängemappen. Jetzt zeige ich euch die Setups auch nochmal. Ja, hier ist meine Hängematte. Und ja, direkt am gleichen Baum ist dann der Alex rübergegangen. Und der hat auch hier sein Wing Tarp. Ja, da hier der Wind etwas zieht, hat er auch schon seine Flügel hier geschlossen. Ja, und so ist der momentane Stand unseres Lagers. Ich denke, es ist ganz gut gelungen für die Nacht hier. Hier nochmal so von der Seite. Ja, und hier nochmal von hinten so. So sieht das Ganze von hinten aus. Wenn man etwas weiter weg steht, sieht man fast gar nichts mehr. So, jetzt geht es für mich aber auch hier wieder zurück zum Alex. Und dann werde ich dem hier mal gleich ein bisschen zur Hand gehen und etwas helfen beim Kochen. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Köcheln. So Alex, erzähl doch mal, was es heute leckeres zu essen gibt. Heute gibt es wieder mal Spätzle, und zwar Kässpätzle. Einfaches Gericht. Wir haben hier ein bisschen Zwiebel angebraten. Ja, hier geliebt. Lecker Bergkäse, einen kräftigen, neun Monate gereift. Und dann einmal Emmentaler. Jeweils 200 Gramm. Und die Spätzle und den Käse, der ist eigentlich schon fertig. Ich zeige euch das mal gerade hier im Topf. Das haben wir gerade eben schon vermischt. Das ist auch mega gut. Puh, da läuft die Linse an hier. Ja, wie gesagt, die Spätzle mit dem Käse, die sind soweit schon fertig. Jetzt kommt nur noch hier die Pfanne mit den Zwiebeln und den Gewürzen noch dazu. Und dann wird alles schön verrührt und vermengt. Und dann können wir auch schon gleich loslegen mit dem Essen hier. So Alex, sieht so aus, als ob die Zwiebeln jetzt gut wären, ne? Ja. Schön goldgelb. So, dann mache ich hier mal ein bisschen Platz. Dann kommt hier der Topf mit den Käsespitzeln hin. Hey, das ist mein Käfer, das kannst du nicht machen. Nee, da müssen wir zuerst das Käferschen hier wegmachen. Hey, Käferschen, mach dich mal vom Atem. Käferschen, komm. Jetzt komm hier drauf. Das spielt mit dir. Ich geh runter von meinem Platz hier. Nein, ich fülle. Hopp, hopp. Das spielt mit dir. So, Käferschen ist weg. Jetzt kann ich hier meinen Topf abstellen. Den Deckel auf. Jetzt kam hier die Zwiebeln rein. Das sieht doch mal richtig gut aus. Das ist ja. Ich glaube, den Topf da, den kriegen wir nachher nimmer sauber mit dem ganzen Käse. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber der soll ja auch im Magen landen. Nee, nee. Oh, das wird wieder eine mega Portion. Leute, ihr müsst doch mal riechen. Das ist einfach mega. So, würde ich sagen, ich will jetzt mein Tellerchen. Mach mir dann noch ein Bierchen hier auf. Gibt es noch ein schönes alkoholfreies Bierchen dazu. Ja, dann lassen wir uns das Ganze hier mal schmecken. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Essen oder vielleicht nach dem Essen. Also, bis gleich. So, die Teller sind gefüllt. Und jetzt macht der Alex noch einen Schuss hier Chiliöl drauf. Was auch schön die Schnauze gleich brennt. Und ja, dann Mahlzeit. Ja, inzwischen haben wir 10 Uhr. Und ja, die Käsespätzle haben wir natürlich komplett verdrückt. Haben inzwischen auch schon wieder alles aufgeräumt und sauber gemacht. Und ja, inzwischen haben wir dann hier noch ein paar Fotos gemacht. Hier unten steht die Kamera. Und da haben wir zuerst noch ein paar Fotos gemacht, ja, von unserer kleinen Küche, die wir uns hier gebaut haben, wie wir hier rumgesessen haben. Und im Anschluss haben wir dann auch noch ein paar Fotos gemacht, wie der Alex hier bei seiner Hängematte steht. Und die Fotos werde ich euch dann jetzt noch einblenden. Und in der Zeit mache ich mich dann fertig, für gleich in die Hängematte reinzugehen. So, inzwischen haben wir hier halb elf. Und ja, ich hoffe, die Fotos, die ich euch gezeigt habe, gerade eben, haben euch gefallen. Ja, zum Glück sind wir heute ein bisschen früher ins Bett reingekommen, beziehungsweise in die Hängematte. Ja, gestern Abend war es ja vier Uhr, fast vier Uhr morgens, als wir in die Hängematten rein sind. Das war ja enorm. Deswegen haben wir ja auch heute Morgen dann so lange geschlafen. Und ja, jetzt, wie gesagt, haben wir halb elf. Also genügend Zeit, um zu schlafen bis morgen früh. Und ich hoffe, dass dann morgen früh auch noch einen schönen Sonnenaufgang hier gibt. Wir haben zwar hier keinen so tollen freien Ausblick. Ja, trotzdem hoffe ich, dass die Sonne hier schön in den Wald reinscheint. Und wir dann morgen früh auch wieder hier von unseren Hängematten-Setups ein paar schöne Fotos mit diesen tollen Herbstfarben machen können. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten wünsche ich euch auch eine gute Nacht jetzt. Und ja, ich mache jetzt mal die Augen zu und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Also, bis morgen früh. Ja, guten Morgen, Leute. So schnell ist die Nacht vorbei. Inzwischen haben wir hier halb neun. Ist natürlich schon schön hell geworden. Allerdings fehlt mir so die erwartete Sonne, die durch die Bäume blinzelt. Naja, vielleicht tut sich da ja noch ein bisschen was bezüglich der Sonne. Aber zumindest ist es trocken. Und da hinten ist auch schon rascheln. Der Alex ist auch schon am Aufstehen. Ja, sieht man jetzt hier nicht so gut. Ja, ich bring mich jetzt hier mal raus zur Hängematte raus. Ja, und dann werden wir uns wahrscheinlich gleich mal fertig machen zum Frühstück. So, inzwischen habe ich mich mal umgezogen, wie ihr seht. Und der Alex hat auch hier eine Paracordleine zwischen zwei Bäumen gespannt und hat dann hier schon sein Topkilt aufgehangen. Und ich werde jetzt hier noch meinen Schlafsack drüber hängen. Schön zum Auslüften. Ich kann das Ganze mal ein bisschen lüften hier. Und ja, da hinten kommt auch ganz zart die Sonne raus. Ganz kleines bisschen kann man sehen, dass da Sonne kommt. Hier färbt sich das Tarp auch, wo die Sonne drauf trifft. Schon ein bisschen heller. Hoffentlich kommt die Sonne vielleicht noch ein bisschen stärker durch. Guten Morgen, Leute. Ja, hier ist der Alex. Und, gut geschlafen? Sehr gut geschlafen. Sehr gut geschlafen. Ein paar Unterbrechungen. Aber sonst gut geschlafen. So ist das mit einer schwachen Blase, ne? Ja, genau. Ja, man sieht schon im Alter, ne? Ja, wenn man zwischendurch mal aufstehen muss. So, ich werde jetzt hier mal mein Frühstück rausgraben. Und ich könnte wetten, der Alex macht gleich Tee. Und Kaffee. Und Kaffee. Also Leute, auf geht's. Kleines Frühstück hier. Ich kann mal hier das ganze Zeug hier raus. Den ganzen Käse aus dem Rucksack rausholen. Ich kann es auch schon losgehen mit einem gemütlichen Frühstück. Ah, ich wollte euch eigentlich hier noch unser kleines Lager hier im Hellen zeigen. Was wir da aufgebaut hatten. Gestern Abend war es da schon ein bisschen dunkel. Ja, wie gesagt. Hier das Wingtab. Haben wir dann so aufgespannt. Dann haben wir zwei fette Holzstämme geholt. Und da ist auch noch ein Holzstamm. Wo wir uns draufgesetzt haben. Ja, dann haben wir hier aus der Umgebung noch fette Steine herangerollt. Und da könnten wir dann unsere Kochutensilien alles drauf ablegen. Ja, und hatten hier einen schönen, gemütlichen Abend. So, ich werde jetzt hier auch noch ein paar Fotos machen. Von unserem Lager. Und ja, in der Zeit, wo ich dann Fotos mache und den ganzen Käse und Frühstück alles rausräume, blende ich euch dann die Fotos ein. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe, die Fotos von unserem kleinen Hängemattenlager hier haben euch gefallen. Inzwischen haben wir ordentlich gefrühstückt und auch schon abgebaut. Wie ihr seht, die Rucksäcke haben wir auch schon angezogen. Für uns geht es jetzt, ja, circa vier, fünf Kilometer dann zurück bis zu den Autos. Wenn wir dann an den Autos ankommen, wenn wir dann an den Autos ankommen, waren wir gute 40 Stunden übers Wochenende jetzt hier im Wald unterwegs. Und das hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Und das hat mal wieder richtig Spaß gemacht, Alex. War wirklich eine tolle Tour. Ja, ja, hinten an diesem Felsen zu lagern hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann hier dann mitten im Wald dann auch nochmal ein Lager aufzubauen mit diesem Wingtarp und so. War auch auf jeden Fall sehr genial. Ja, wenn ihr Fragen zu der ganzen Ausrüstung habt, schreibt die einfach unten in die Kommentare rein. Versuche ich natürlich dann schnellstmöglich zu beantworten. Ansonsten findet ihr unter dem Video auch noch einige Links zu den ganzen Artikeln, wenn ihr euch die Produkte gleich anschauen möchtet. Ja, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Gebt doch einen Daumen hoch, abonniert noch hier den Kanal. Und wir sehen uns dann auch schon im nächsten Foto- und Auto-Abenteuer. Also Leute, macht's gut und bis dann. Ciao. Servus.